Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assemblance. Wir sind in der letzten Episode... Ja, haben was rausgefunden und... Diesmal... Haben wir ein weiteres Ende freigeschaltet. Indem unsere Frau dann in dieser... Lichtung gesessen hat. Wir sind aufs Ende zu und... Dann sind wir aufs Ende zugegelaufen. Und da haben wir einiges erfahren. Also das Spiel macht mich gerade immer ein bisschen... Wow. Es macht mich gerade ein bisschen buschig im Kopf, ehrlich gesagt. Aber ich möchte gerne rausfinden, was ist passiert. Weil da gibt's... Wir machen mal weiter. Mal gucken, wo sie stehen geblieben sind. Weil Hell sagt dauernd, dass wir... Das war auch auf dem Tonband gewesen, dieser Spruch. Kann es sein... Dass das vielleicht unsere Stimme ist? Dass wir nicht in dieser Maschine gefangen sind, sondern... Dass das unser Verstand ist? Keine Ahnung, dass irgendein Unfall passiert ist und wir vielleicht im Koma liegen oder sowas? Ich hab keine Ahnung. Mal gucken. Ich will noch mal hier hin. Vielleicht sollte ich dir ein anderes psychologisches Surveys geben. Was denkst du davon? Ich bin afraid, das ist das, was du die meisten Angst hast. Sie liegt immer noch hier. Aber ich möchte jetzt nicht auf sie zulaufen. Wer weiß, was dann passiert. Ich geh mal hier lang. Gucken, ob der Schmetterling hier noch... Da ist er wieder. Ne, was ist jetzt los? Was? Das Spiel macht gerade Brünenfack mit mir, ehrlich. Wo kommst du denn jetzt wieder her? Hell ist weg. Der Schmetterling ist da, aber... Wir müssen hier rein. Mal gucken, was passiert hier. Was war das jetzt? Äh... 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 Ich gerade auch. Ich bin gerade... Äh... Meine Gedanken, die fahren gerade Karussell. Wo komm... Was macht er hier? Warte mal. Er sagt, wir sollen zurück zum Job gehen. Sometimes I get concerned that false memories are being planted in your mind. Okay. Jetzt sind wir wieder hier, aber es als blau gehalten. Goodbye, Cartha. Review... Review... There's BB... PPD... 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 Da stand auch in diesem Artikel drin, in unserer Schublade, den ich nicht entziffern konnte. René... Moment, reden die... Warte mal eben... Warte mal eben... Carter... Was sagt das? Tun wir jetzt? Da hat sich nichts getan. Und... Capture's exact moment... Den... Capture's exact moment... Den exakten Moment festhalten... Wahrscheinlich... Hat das hiermit was zu tun? Weil da taucht immer noch eine E-Mail auf, die ich nicht sehen kann. 7... 1.38... Ich muss auch mal gucken. Irgendwas war da mit dem... Mit dem Anruf bei uns im... Im... Im Haus. Hier ist die Mütze wieder. Tut sich nichts. Na nü. Wo kommt der Schmetterling denn her? Wir werden verfolgt. Und schon geht meine Tür hinten zu. Falls ihr das gehört habt. Warte mal, das ist neu. Die ID da oben, oder war die schon voll und ich hab's nicht gesehen? Was? Largest ID? Was ist das? Shortest ID? SBD View. Emergency Shutdown. Da steht PPD auch wieder. Aha. Wow. Ich glaub, hier haben wir auch nicht mehr zu erledigen. Ich geh mal wieder raus. Ich geh noch mal hier hin. Er sagt ja, wir sind da für zwei Stunden drin gewesen. Was machst du da die ganze Zeit? Was, was du gerade gemacht hast. Amazing. Bitte wiederhol das nochmal. What you did this thing? Amazing? So, das kommt mir so bekannt vor. Das kommt mir so bekannt vor. Hört sich an wie 2001. Let's get back to the job at hand. Das war dann mehr bei 2010, dass die an dem wir Kontakt aufnehmen. Da ist ja Bowman wieder aufgetaucht. Auf der Discovery. Und dann meint er auch irgendwie so, es passiert irgendwas Großartiges. Und da wir ja 2001 das Buch ja im Regal bei uns stehen haben, würde ich sagen, dass das auch eine Anspielung drauf ist. Aber da könnte auch mein Verstand wieder durchgehen. Hier ist auch alles blau. Was passiert, wenn wir uns den Schmetterling jetzt wieder angucken? Dann sind wir wieder hier. Auch hier ist alles blau gehalten. Was war das? Warum flackert es hier? Irgendwas ist mit den Bildern nicht in Ordnung. Irgendwas ist hier unsere Frau wieder. Denkst du wirklich, du kannst unsere Vergangenheit ungeschehen machen? Was ist hier passiert? Ich wollte eigentlich Nabea abhören, aber... Oh Mann. Was ist hier los? Da ist wieder er. Hier kommen wir auch nicht hin. Die Wäsche ist neu. Ist auch ein Foto drin, oder? Da kommen wir nicht rein. Wow, also das Spiel, das... Ich habe echt gerade Pudding im Kopf. Das sind wieder Tonbänder von der Arbeit, aber die scheinen nicht zu bewirken. Jetzt ist es wieder 2 Uhr. Das Bild ist umgekippt. Da ist nichts drin. Warte mal. Ist das nicht... Im Spiegel. Das sieht doch aus wie das Holodeck. Äh, hier wie der Raum, wo... Der Raum von der Kammer. Oh Mann. Hier passiert jetzt nichts mehr, ne? Ich habe auch echt keine Ahnung, wie ich gerade weiterverfahren soll. Hier sind die Bilder wieder. Aber die Bilder sind jetzt auch weggeräumt. Kann es sein, dass wir dauernd durch die Zeit hin und her reisen? Hin und her springen? Was? Meine Arbeit da ist nicht vorbei? Your work here is not done. Oder was? Er sagt immer, ich soll hier hingehen? Ist sie wieder da? Denkst du wirklich, du kannst unsere Vergangenheit ungeschehen machen? Was ist passiert? Was für ein Unfall? Das muss irgendwas mit dem Jungen zu tun haben. Aber was zum Geier? Don't you... Nein? Ich finde es nicht schön, unter Kontrolle zu bleiben. Kann man da rein? Das funktioniert sogar. Jetzt fehlt mir hier die Melodie von Odysseem Weltall. Also sprach Zarathustach. Oh Mann, das ist wirklich... Ich habe Rungsstraf blau freigeschaltet. Hallo, Doktor. Ich bin hier. Well, ein Rekordung von dir, von dir selbst. Aber durch ein Filter, um unsere Stimme zu maskieren. Und das ist unsere Stimme, die aufgenommen worden ist. Und nur etwas gefiltert wurde, um... Okay. Wow, das wird jetzt aber heftig. Oh. Wir müssen weiter in das Licht gehen. Jetzt ist alles blau. Ich bin zu weit gegangen. Und das Einzige... Was jetzt noch hilft, ist weiter geradeaus zu gehen. Das Spielhammer. Das Spielhammer. bis jetzt. Das Spielhammer. Voll helfen. Vielen Dank.